In Maastricht in den Niederlanden ist schon das passiert, was man bei uns befürchtet. Ein Deich ist unter dem Druck des Hochwassers gebrochen. Jetzt müssen die etwa 30 Bewohner ihre Hausboote im Seitenarm der Maas verlassen. Ihr Zuhause könnte weggespült werden. Das Wasser ist sehr stark und wenn man sich die Boote da hinten anguckt, die liegen schon ganz schief mit der Nase nach vorn. Im Moment kann niemand was dagegen ausrichten. Aber wenn der Pegel wieder gesunken ist, müssen sie das reparieren, sonst läuft das ganze Becken leer. Auch in Deutschland noch keine Entwarnung. Kritisch ist die Lage etwa in Sachsen-Anhalt. Bundeskanzler Scholz machte sich dort heute im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Bild von den Deichen, die trotz Regen noch halten. Dabei sagte er den betroffenen Regionen in ganz Deutschland Unterstützung zu. Hinterher werden wir gucken müssen, wie groß die Schäden sind und was das bedeutet und daraus dann unsere Schlüsse ziehen. Aber klar ist, das wird nur gemeinsam gehen. Und das muss auch solidarisch in Deutschland erfolgen. Und die Entscheidung werden wir dann zwischen Bund und Ländern intensiv beraten und treffen, wenn es so weit ist. Auch Nordrhein-Westfalen wird Unterstützung brauchen. Der Pegel der Ems bei Greven im Münsterland ist wieder leicht angestiegen. Zwar soll es ab jetzt weniger regnen, aber die Deiche sind auch hier aufgeweicht. Die Feuerwehr muss ständig kontrollieren, dass sie halten. Es werden fortlaufend die Deichbereiche abgeschritten und sonstige Gebiete, wo wir Erfahrung gesammeln durften in den letzten Wochen und auch in den letzten Jahren, wo Schwerpunkte auftreten könnten. Und diese Punkte werden systematisch abgegangen. Ähnliche Überschwemmungsbilder von der Weser in Flotho. Am Morgen wurde hier nochmal die höchste Alarmstufe ausgerufen. Entwarnung gibt der Deutsche Wetterdienst erst ab dem Wochenende. Dann sollen Kälte und Frost den Dauerregen ablösen. Unser Hochwasserreporter Stefan Leifen ist in Minden, im Hafen, in dem die Frachtschiffe liegen. Stefan, was bedeutet das Hochwasser für die Frachter? Ja, das ist wirklich keine gute Nachricht, aber schon seit sehr vielen Tagen für die Frachter. Hier im Mindenhafen liegen sehr viele Schiffe fest. Sie können die Weser nicht passieren, die ist unschiffbar. Und deswegen haben sie hier quasi zur Not verteuert. Einige Frachter liegen hier auch schon seit Vorweihnachten. Das ist vor allen Dingen für ausländische Besatzungen ein großes Problem. Über die Feiertage konnten sie nicht zu ihren Familien. Ich habe gerade eben mit einem der Kapitäne gesprochen. Er sagte, seine Ladung hätte schon längst in einer Fabrik sein müssen. Die konnte aber natürlich nicht gelöscht werden. Er überlegt, ob er eventuell morgen früh nach Wesel aufbricht. Dort soll aber auch Hochwasser sein. Dort konnte er dann auch nicht gelöscht werden. Wenn man hier drüben hinguckt, das ist ein holländisches Boot. Das wollte eigentlich auch über die Weser noch nach Holland. Und konnte aber nicht mehr durch die Schachtschleuse, die man dahinter sieht. Alle Signale stehen dort auf Rot. Wie ist allgemein aktuell die Lage an der Weser? Ja, durchaus bedrohlich. Ihr habt es ja gerade eben gesagt. Man wartet hier quasi noch auf die Regenwelle. Floto wurde ja schon im Beitrag erwähnt. Heute Morgen der Pegel 5,60 Meter. Prognostiziert für morgen, vielleicht auch Samstag, 6,60 Meter. Ein Meter mehr. Deswegen auch die höchste Vorwarnstufe, Hochwasserwarnstufe 3. Die bedeutet inhaltlich, dass es zu Schäden kommen kann an Häusern, dass es Überflutungen gibt. Ein Krisenstab hat heute Morgen schon mal überlegt, was man dann wieder tun kann. 6.000 Sandsäcke sind gepackt worden. Und man wartet darauf, dass die Wasserwelle kommt. Von hier aus geht es übrigens nach Dortmund in die Richtung, nach Berlin in die andere. Oder halt eben durch die Schleuse zur Nordsee. Dankeschön, Stefan Leifend war das live aus Minden.